Trotzdem gewinnt der 1. FC Köln nicht unverdient mit 2 zu 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zu einem Sieger macht, als die Lust auf Gewinnen. Und die Lust auf Gewinnen ist das, um was es geht. Das weckt die Gier in dir, das macht dich aus, das lässt dich leicht laufen, das lässt dich leicht über deine eigentlichen Möglichkeiten hinauswachsen. Das macht dich besonders stark. Und diese Lust aufs Gewinnen, die tobt in mir. Das macht dich besonders stark. Das macht dich besonders stark. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz überzeugend auf 4 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Der FC Bayern München ein spektakuläres 3 zu 3 gegen den 1. FC Köln. Bin ganz gespannt, was jetzt hier passieren wird in dieser Partie. Das ist das drittletzte Spiel für heute. Ein ganz langer Fußballtag. Und für den Samstag einen richtig, richtig guten Fußballtag. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Spiele gesehen. Viele Tore. Schon packende Szenen. Also, das gab es Samstag schon schlechter. Jetzt die erste Chance für Berlin. Da haben Langforsen aufgetaucht. Wieder Kerimé. Und nach drei Minuten der erste Wechsel bei den Münchnern. Und nach drei Minuten der ersten Wechsel bei den Münchnern. Mal ganz bezeichnend beim FC Bayern. Mal die Aussage. Bei uns sind ja gar nicht die Pokale und Medaillen, die da in der Petrine vielleicht im Jugendhaus hängen. Die großen Trophäen im Jugendhaus sind beim FC Bayern Bilderrahmen. In diesem Bilderrahmen befinden sich Trikots. Und zwar Trikots von all den Spielern, die diese Jugend durchlaufen haben. Nehmen wir Bastian Schwalzsteiger. Nehmen wir Philipp Lahm. Thomas Müller. Toni Kroos. David Alaba. Sie alle kommen aus der eigenen Jugend. Und das ist nicht so wie in den 90ern, wo der FC Bayern wirklich viel am Kaufen war. Sondern natürlich gibt es das immer noch. Punktuell wird dazu geholt. Aber ein Großteil der Mannschaft ist natürlich aus der eigenen Jugend. Dadurch auch diese neue Identifikation, diese neue Sympathie. Thomas Tuchel sagt das mal am Saisonanfang. Auch als Guardiola kam. Die Bayern werden uns fast schon sympathisch. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Aber es ist schon unglaublich gut, was in München passiert. Und natürlich gibt es die Vorurteile. Fakt ist auch, dass ein Riesengrundstein dieses Riesenerfolges der Bayern auch die gute Jugendarbeit ist. Wir tasten sich hier beide noch etwas ab. Es ist wenig los. Es ist im Gegensatz des Abwarten. Keiner will den ersten Fehler machen. Auch der Ball wieder geklärt. Doch, drei gegen zwei, wenn es schnell geht. Ah, dann geblockt das Ganze. Armin Sellmann jetzt in der Ecke. Ja, richtig. Festgehalt an der Bande. Wiederwechsel bei den Bayern. Jetzt der Ballgewinn, aber gut durchgesetzt da von Niklas Dorsch. Oh, das war schön gemacht. Ansatzlos. Yusuf M. Garmes. Waffen Torwart verdeckt das Ding. Hendrik Herrmann. Konrad Schächt sehen. 1-0 Bayern. Die Berliner Antwort. Die Berliner Antwort. Oh, das war der Tunnel. Schön gemacht, das Dorsch. Ja, gut verteidigt da von Berlin. Aber Schlussversuch. Und... Oh, stellt der Absprache dazu zum Torverteidiger. Aber der Kopfball nicht stark genug. Wenn sie trotzdem fast ins Auge gehen können. Für die Bayern. Berlin wechselt. Und bis bald. Ja. fabrication könnte sehr fried, und nicht alles gut gehen können. und sagt man zwar nachrichten erreicht dass die schiedsrichter die zeit anhalten die oben im stream weiterläuft das lässt sich leider nicht verändern ich werde mich bemühen gerade immer zu ende der partie die zeit aber anzusagen regelmäßig wie viel haben wir noch also die technischen möglichkeiten leider noch ein bisschen begrenzt wir werden aber auch dadurch an lösungen arbeiten das spiel des plätschert so ein bisschen vor sich hin alle lange ball kein problem für hennek hermann im tor der berliner und berlins trainer frank vogel über seine mannschaft spricht dann lobt er vor allen dingen eine sehr offensiv starke mannschaft mit vielen kreativen spielern bemängeln noch so ein bisschen das defensivspiel seiner mannschaft insgesamt stehen sie sehr gut an regionalliga platz 4 mit etwas konzentrierter defensivleistung hätten es noch eins der plätze wohl mehr sein können das hier fällt noch nicht so auf zwei gegentore bisher für die berliner allerdings fehlt ihnen hier ein ein eigenes denn sie liegen als schön hinten Die Gäste zwischen den Produkten, wir haben jetzt ganz viele Leute, die sind ganz stark und übergibt uns hier heute bei uns, unter anderem auf der U16-Bundustrainer Stefan Dürger mit der Medien-Generation. Herzlichen Dank, Herr Dürger. Und das 2 zu 0 für Bayern, eine Einzelleistung, natürlich hat es nicht viel Spiel gebraucht. Was sonst? Das ist nicht die Partie der großen Kombination, Mario Czienicki. Es gibt prominenten Besuche in der Kreissporthalle Lübcke, U16-Bundestrainer ist da, Stefan Böger und sieht natürlich ganz, ganz viele seiner Jungs. Jetzt mal Berlin nochmal, aber nein, das ist auch... Jetzt 3 gegen 1, oh, die Bayern mit Zug zum Tor, nochmal gut gespielt, vorbeigelegt, aber starker Torhüter, ich parade von Herrmann. Bayern bleibt im Ballbesitz, jetzt die Berliner mal wieder sortiert, das heißt, das ganze Böger ist ein bisschen dorsch, nochmal mit der Bande gespielt, Berlin klärt. So, jetzt aber auch jetzt ist die auf keinen Berliner mehr mit nach vorne. Ja, die haben es ein bisschen abgeschenkt. Wirkt ein bisschen hoffnungslos, aber auch die Berliner am zweiten Spiel enttäuschend. Und gar nicht wiederzuerkennen, noch Spiel Nummer 1. Caruso, der Torwart beim FCB. Abgeklärt, jawoll. Ab geht die wilde Fahrt wieder in Überzahl. 3 gegen 2, jetzt rückt Berlin auf, aber nochmal die Aktion. Ah, verzögert da. Und jetzt muss er zurückspielen, jetzt muss er zurückspielen. Kopf durch die Wand. Ja, das war klar, das war abzusehen. Hätte die Kugel einfach nur zurückspielen müssen. Berlin im Ballbesitz. Und der Schuss, so, Kahnstetter Versuch. Für Berlin, oh, Platz 4, war da. Ballbesitz für Berlin. Knapp zwei Minuten noch. 2 zu 0 für den FC Bayern München. Oh, Schümmertag jetzt mal zurückgelegt, aber dann wieder die Bayern konsequent verteidigt. Ja, gut, das war gut. Und jetzt 1,30 haben wir noch knapp in dieser Partie. Boah, schön durchgesetzt hier. Macht ein auffälliges Spiel. Arrivobj. Für die Bayern. Schön abgelegt von Dorsch. Durch die Beine, der Tunnel. Wieder M. Gammes. Schickes Tor. Dorsch legt ab, M. Gammes schießt durch die Beine des Berliner Verteidigers. Stopp 3 zu 0 zur Entscheidung der FC Bayern. Mit seinem ersten 3er 45 Sekunden vor dem Ende. Ist für mich eine kleine Überraschung. Also natürlich sind die Bayern stark, aber Berlin 0-3 Hätte ich so nicht erwartet. Auch da sind wir auf morgen gespannt. Natürlich. So, nochmal die Bayern. Ja, ganz clever. Abgeklärt. Ja, wollte vorne ganz gerne den Ball haben. Hat sich Schinitzki wieder beschwert. Foulspiel von Ahmet Sellmann. Die letzte Sekunde laufen. 3-2-1. Glückwunsch. FC Bayern zum 3 zu 0. Nachrichten auf Ja.